Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Spielerkarriere hier in FIFA 23 mit Jutta van der Brink. In der heutigen Folge stehen wichtige Spiele an. Champions League 8. Finale, Rückspiel gegen Inter Mailand und auch wichtige Spiele in der Liga. Liverpool City haben wir auf dem Zettel und deshalb starten wir heute rein gegen Sheffield United in eine Höhepunktpartie. In der Hoffnung, dass wir einerseits endlich mal wieder in den Highlights erfolgreich sein werden, als auch, dass wir heute einfach wir selbst auch wieder für uns ein gutes Spiel machen können. Denn nach wie vor ist der Konkurrenzkampf bei Chelsea groß. Wir haben uns mittlerweile einigermaßen festsetzen können in der Startelf, aber sind jetzt auch nicht völlig ohne Konkurrenz. Auf dieser Position haben wir hier unsere erste gute Chance. Gleich die nächste hinterher. Es ist halt super schwer in den Highlights die Chancen irgendwie zu nutzen, weil man immer in die Situation so seltsam reingeworfen wird. Hier lassen wir wieder eine liegen. Jetzt ist mittlerweile schon Durchgang 2. Noch steht die 0 auch hinten, aber vorne halt leider auch. Und solange wir nichts dran ändern, wird sich da wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Auch hier klappt es nicht. Ja, und dann kriegen wir wahrscheinlich die Quittung. Jo, 2-0 verloren. Sheffield United, die Highlights, sie sind und bleiben einfach scheiße. Scheiße irgendwie. Also ich habe mich ja wirklich über das Feature gefreut für die Spielerkarriere, aber, ja, man verliert viel zu häufig. Deshalb legen wir die Highlight-Partien jetzt auch erstmal zur Seite. Aspilicuete hat ja schon sein Karriereende bekannt gegeben, aber auch Thiago Silva könnte der zweite Innenverteidiger sein, dessen letzte Saison das hier ist. Wir gehen rein mit einer wunderbaren Schecht-Choreografie hier an der Stamford Ridge. Gegen Aston Villa, eine Mannschaft, die im Tabellenmittelfeld steht. Wir kämpfen um Europa, eigentlich auch um die Meisterschaft, aber wenn du gegen Brentford wie im letzten Spiel verlierst, dann ist es halt schwierig. Haben wir überhaupt gegen Brentford gespielt? Ich weiß es nicht. Ist auch eigentlich egal, denn wir haben verloren. Und das ist das, was nicht zählt sozusagen. Und, ja, dementsprechend gehen wir jetzt rein. Ich habe Bock auf die Partie. Hoffentlich wird das ein gutes Spiel von uns. James, erster Ball auf uns. Durchgesteckt für Conte. Der probiert es nochmal zu uns rüber. Geht nicht, aber die erste Ecke der Partie, eingeleitet durch uns. Rodrigo wird sie reinschlagen. Wieder fit der Brasilianer. Christian Pulisic spielt ja nach wie vor verletzungsbedingt. Und da ist der Ball auch wieder bei uns. Wieder zum Brasilianer. Canter, Rodrigo auf uns. Wir gegen alle. Dennoch finden wir die Lücke. Und der erste Abschluss von uns. Ihr seht die Tabellensituation. Wir sind auf der 5 aktuell. Also nicht in den Champions League-Rängen. Da kommen wir aber schnell wieder rein, wenn wir heute gegen die Mannschaft mit 30 Punkten Aston Villa gewinnen sollten. Also, ja, wäre wichtig, mal wieder 3 Punkte zu holen. Wir spielen den Ball raus auf Raheem Sterling. Sterling, probiert es selber. Habe ich eigentlich noch mit dem Querpass gerechnet und darauf auch spekuliert. Aber dieses Mal macht es der Brite selbst. Ries James, Rodrigo nimmt uns nochmal mit. Ganz spitzer Winkel, der Abschluss deshalb auch vom Torhüter noch pariert. Wir leiten den nächsten Langriff ein. Ries James. Ja, guter Ball. Kante und Sterling wird dann noch abgeräumt. Havert setzt nach. Da kommen wir aber nicht mehr an den Ball. Ries James auf uns und wir können querlegen. Ach, Raheem Sterling. Was willst du mir eigentlich erzählen? Eben schießt er da, als er gegen 3 Leute unter Bedrängnis war. Und jetzt frei vom Torhüter legt er den mit der Hacke auf uns zurück. Ach, Digga, das ist doch wirklich dumm. Boah, gut gespielt. Auch mal ein Abschluss wieder von Aston Villa, der von unserem Torhüter Rossi, der nach wie vor Mondi aus der Startelf verdrängt hat, erstmal pariert werden musste. Kurz vor der Pause meldet sich der Gast also zurück. Ja, den Ball kriegen wir noch, den Ball kriegen wir noch und das ist eine gute Position für uns, Akan im Tor. Mit der nächsten Parade, guter Konterangriff. Zierich und Graham Potter besprechen sich an der Seitenlinie. Es gibt die nächste Ecke und Trauré, der Flügelflitzer von Aston Villa hat sich verletzt. Das ist schon zu uns, Rodrigo, Rodrigo, den legt er nochmal rüber und jetzt ist es geschehen. 1-0 für den FC Chelsea, Jutta van der Brink. Mit dem Pausenpfiff machen wir unser Tor. Im Zusammenspiel mit Rodrigo, das Ganze im 16er, spielen wir die Verteidigung schwindelig und sortiert noch dazu nach der Ecke und dann hauen wir das Ding mit dem etwas schwächeren linken Fuß in die Maschen. Antwort von Aston Villa zum Beginn von Durchgang 2, Jamal Musiala, der sich ja hier nach Birmingham verirrt hat mit dem Versuch. Ja und das ist ein guter Heber von uns, Raym Sterling, tolle Aktion, wie er den mit dem Kopf noch auf Rodrigo weiterleitet, der kommt aber ganz knapp nicht zum Abschluss. Stehen wir wieder durch Rodrigo und Nakan im Tor, wieder mit einer klasse Parade. Maxi Arnold wird jetzt ausgewechselt auf Seiten von Aston Villa und wir haben die nächste Ecke durch Kai Havert, die landet direkt beim Torwild. Musiala, oh, Aluminium. Puh, da haben wir Glück gehabt. Die Partie plätscherte so vor sich hin und dann auf einmal dieser Lattenkracher, äh, Pfostenkracher von Jamal Musiala. Ja, wir müssen mal dran arbeiten, jetzt hier das 2 zu 0 nachzuliefern. Sagt sich aber leichter als es getan ist. Traoriert durch, war zum Glück aber knapp abseits. Dementsprechend keine Gefahr und in Grunde Conte wird jetzt Platz machen für Jorginho. Aston Villa mit Phillips, nächster Abschluss. Ja, also wie gesagt, ne, so ein zweites Tor, das wird uns schon extreme Sicherheit geben. Sterling jetzt runter, Guiri in die Partie. Der französische Joker bei uns im Team, der kann uns auf jeden Fall nochmal weiterhelfen. Das ist gleich mal der erste gute Ball, den wir bekommen. Ja, die Konterchance, jetzt muss halt einer mitarbeiten. Da ist, glaube ich, Guiri, ja, der Ballmitte Nummer 9. Rodrigo probiert es selbst. Rich James, Rodrigo, Kontergelegenheit. Rich James nochmal auf uns. Wer geht in die Mitte? Rodrigo, Flanke, Jorginho legt ihn rüber. Kriegen wir den aufs Tor, wir kriegen den noch aufs Tor. Oh, da ist das zweite Ding. Let's go, 2-0, Jutta van der Brink ist zur Stelle. Kopfnuss für die Eckfahne und der Doppelpack. Ganz, ganz wichtig, wir haben sich hier vor den Auswärtsfans. Schön gemacht, der eingewechselte Jorginho mit der Vorarbeit. Und dann hauen wir ihn wieder mit links ins Tor. Tor Nummer 17 damit jetzt schon in 27 Spielen. Das ist echt eine super Quote für die erste Saison hier bei Chelsea. Jetzt kommt nochmal Quarazkelia. Anschlusstreffer, wenige Minuten vor dem Ende von Aston Villa. Zwei Minuten Nachspielzeit jetzt noch, die wir überstehen müssen. Wir haben den Ball und werden natürlich uns alle Zeit der Welt lassen. Jetzt einfach nochmal Rich James nach vorne schicken. Und dann sollte hier eigentlich nichts mehr anbrennen. 2-1. Hier wenden wir zu Hause gegen Aston Villa. Mit diesem Erfolg sind wir zwischenzeitlich zumindest auf die 4 wieder vorgesprungen. Arsenal ist zwischenzeitlich auf die 1 gesprungen. Kann aber noch von Liverpool überholt werden. Wir können von Newcastle noch überholt werden. Die jeweils ein Spiel weniger haben. Wir probieren es nochmal mit den Highlights auswärts gegen Nottingham Forest. Danach geht es in die Champions League gegen Inter. Ja, super Start. Wir liegen natürlich zurück. Schön. Aber hier haben wir einen Ball, mit dem man eigentlich was anfangen kann. Nur in den Highlights leider nicht. Nach wie vor 1-0 für Nottingham Forest. Lange wir nicht treffen, wird sich an unserer 0 auch nichts ändern. Rodrigo. Ja, den spielt er auf uns. Und den müssen wir jetzt reinhauen. Den müssen wir reinhauen. Den hauen wir auch ins Tor. 1-1. Jutta van der Brink. Ja, super. Aber natürlich Nottingham auch gleich mit der Antwort. Das nächste Tor. Und ein sehr seltsames Highlight. Ja, mit dem man natürlich gar nichts anfangen kann. Wunderbar. Und damit sind wir auch schon im Durchgang 2. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute auf der 8 spielen oder so. Was ist denn jetzt los? Wieso sind wir hier in so einem Defensiv-Ding dabei? Hallo, Jungs? Also, ja. 3-1. Ach, egal. Wir spielen nie wieder Highlights. Ich lasse es einfach. Alter, das ist doch so dumm. Es ist doch so... Nee. Das kannst du keinem erzählen. Dass diese Highlights in irgendeiner Form, irgendein Spielverlauf darstellen, der in irgendeiner Art und Weise realistisch ist. Ja, fick dich doch, ganz ehrlich. Also, jetzt spielen wir hier wieder auch als Achter oder sowas. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Auf einmal Jutta van der Brink. Bester Achter oder wie? Es ist so bodenlos. Ja, es ist vorbei. Wie hoch haben wir verloren? 4-0. 5-0. Es ist dann... Ja, 4-0 gegen Nottingham Forest hier. Also, komm. Nie wieder Highlights. Mit diesem großartigen Gefühl gehen wir jetzt in die Champions League. Drei Tore in den letzten drei Spielen, aber auch nur drei Punkte in den letzten drei Spielen für unser Team. Das ist zu wenig. Und hier und heute an der Stamford Bridge braucht es eine wahre Masterclass, wenn man noch ins Champions League Viertelfinale einziehen möchte. Denn wir haben das Hinspiel in Mailand 2-0 verloren. Dementsprechend braucht es hier heute wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft, um das noch zu drehen. Und siehe da, in diesem wichtigen Spiel steht Eduard Mondi wieder im Kasten. Wir stehen natürlich vorne drin im Sturm. Ansonsten hier der Rest der Mannschaft im Paddle etwas überraschend reingerückt. Ansonsten ist es die Mannschaft, die man so erwarten konnte. Und dabei gucken wir noch auf die Mannschaft von Inter Mailand, die wir heute mit zwei Toren mindestens schlagen müssen, um in die Verlängerung zu kommen. Und mit drei Toren, wenn wir gleich weiterkommen wollen. Ja, das ist das Team, was es zu schlagen geht. Es ist nicht unmöglich, aber das Hinspiel war schon so schwer, dass das hier heute wirklich David gegen Goliath ist. Nachdem sich das Team ja kollektiv gegen Nottingham Forest ausgeruht hat, sollten aber heute ja wenigstens alle bei voller Kraft sein, um hier heute einen wahren Fight abzuliefern. Erste Chance und erstes. Ja, damit ist auch alles, was ich gerade gesagt habe, schon wieder völlig passé, denn jetzt ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit. Rodrigo steckt den ersten Ball auf uns durch. Wir laufen Botman davon, dann aus einem unmöglichen Winkel gegen Onana. Der lässt den Ball sogar nochmal prallen. Aber dann sind wir da nicht intelligent genug, um um den Torwart herumzulaufen. Ach Gott, was ist das denn für ein perfekter Pass? Brozovic freit durch. Brozovic scheitert nochmal. Monty, ja, danke schön. Der nächste Spieler bei uns, der wägt auf zu hören. Junge, was ist denn jetzt los? Remines, unser Vertreter im Sturm, wird wohl auch seine Schuhe an den Nagel hängen nach der Saison. Das ist ja krass. Es gibt bei Intermailand keinen Abseits oder so. Das ist ja völlig verrückt. Bei uns, ja, gut, so wollt ihr die nicht. Die wollt ihr eigentlich mal mit rechts einfach raufschlenzen aus dem Winkel. Hatten wir schon mal, dass sowas reingegangen ist. Nächste Chance für Inter. Lautaro legt ihn quer und Monty gerade so noch vor dem zweiten Stürmer, der zum Einschieben bereit war. Oh, schöner Ball von Sterling. Jetzt müssen wir nur noch an den beiden Brachianen im Verteidiger vorbei. Badia Schiel und Konaté. Ey, das ist wirklich nicht schön. Also Silva schickt uns durch und wieder das Duell gegen die beiden Franzosen. Ja, gut, wieder kriegen wir es nicht hin. Und ja, das ist echt, also, Junge, Respekt, wer gegen die französische U21 mal ein Tor gemacht hat, wenn die beiden Jungs da hinten drin stehen. Oh, Martinez durchgesteckt. Martinez legt ihn ab. Ob Thiago Silva hält uns zweimal jetzt hier noch im Spiel. Ja, das war abseits. Ich glaube, das war abseits, ja. Ich habe den Ball nicht gefordert. Ja. Es wäre schöner gewesen, hätte Konaté direkt hier gespielt. Dann hätte er einen besseren Winkel gehabt. Und Sterling probiert es und es ist halt richtig knapp. Freisch ist für uns gelbe Karte noch dazu für Bottmann. Vielleicht können wir da ja irgendwann bei unserem Nationalmannschaftskollegen eine gelb-rote noch provozieren. Der Freisch ist zwar gar nicht so schlecht, aber dann, ja, auch ein bisschen Pech dabei. Mittlerweile läuft der zweite Durchgang. Der Blick schon mal aufs nächste Spiel gegen Liverpool dann. Ähm, ja, nicht unwahrscheinlich, dass wir uns, wenn es nicht noch mal eng werden sollte, hier heute auch auswechseln lassen. Einfach, um uns dann für dieses Spiel zu schonen. Jetzt gibt es ja wieder eine gute Freischussposition. Vorher der nächste Wechsel, Guiri. Wir haben jetzt auch das System, glaube ich, umgestellt. Guiri und wir werden jetzt einen Doppelsturm bilden, wenn ich das richtig sehe. Haia Harvats ist auf den Flügel gegangen und ein Perdu ins Mittelfeld. Mit Rodrigo probierte es selbst, absolut ungefährlich. Sterling war sogar auch verletzt. Ich hoffe mal nichts Wilderes, weil wäre dann schon der zweite Flügel nach Christian Pulisic, der ausfallen würde. Und das wäre dann doch, ja, auch wenn wir einen Guiri haben, der von der Bank kommen kann, nicht ganz perfekt. Ja, es ist so gut gespielt. Es ist so gut gespielt. Da haben wir Glück, dass Varela das Ding irgendwie nicht ins Tor bekommt. Und, äh, also, die Kombinationen von Inter Mailand sind stark. So, jetzt haben wir mal einen schönen Ball von Guiri auf Rodrigo. Kriegt er den rein? Rodrigo, jawohl. Das ist das Tor. Jetzt brauchen wir nur noch zwei. Das ist nicht unmöglich. Jetzt ja auch nochmal angezeigt. Neue Positionen. Rechter Stürmer. Aber ich hatte das schon vorher das Gefühl, dass wir einen Doppelsturm agiert hatten. Egal. Weiter geht es. Komm. Jetzt sind wir nochmal drin. Das bringt natürlich nochmal neues Leben in die Partie. Ja, den kriege ich nicht auf Guiri zurückgelegt, leider. Ja, und auf der anderen Seite Kunja durch. Kunja durch. Ach, Digga. Ja, es soll aktuell nicht sein mit Chelsea. Es soll einfach nicht sein. Gut, ich werde mich jetzt auch auswechseln lassen. Das Ding hier ist gegessen. Ziehe ich gerade nochmal an die Partie. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder, aber dann ein Wunder ohne uns. Wir schonen uns für Liverpool. Am Ende trifft sie euch noch. Favre trifft dann noch zum 2 zu 3. Wir sind knallhart aus der Champions League rausgeflogen. Paris Saint-Germain ist ebenfalls im Viertelfinale. Inter Mailand halt gegen uns. PSW schlägt AC Milan. Real Madrid wird von Dortmund rausgehauen. Dann sind die Bayern dieses Mal weiter gegen Villarreal. Anders als in der Realität im letzten Jahr. Napoli gegen OM. Leverkusen haut City raus. Und Juve gegen West Ham. Also 1, 2, 3 englische Teams raus. Wo ist das Vierte? Gab es überhaupt ein Viertes, was in der K.O.-Base war? Nö. Alle englischen Teams sind raus. Wenn ich das jetzt nicht falsch sehe. Wow. Im Achtelfinale. Das ist ein Brett. Jetzt geht es aber erstmal rein an die Anfield Road. Liverpool empfängt als Tabellenführer und als Tabellenvierten. 10 Punkte trennen beide Mannschaften. Ganz kurz bevor wir jetzt hier in die Atmosphäre von Anfield eintauchen. Nochmal Recap zur Champions League. Denn es waren auch noch Man United und Tottenham. Also 5 Teams für die Champions League qualifiziert. Man United und Tottenham jeweils Gruppendritter geworden. Also kein englischer Achtelfinalist. Liverpool gar nicht erst dabei gewesen im letzten Jahr. Dass sie nächstes Jahr dabei sind. Das ist wohl kaum noch zu verhindern. Und you never walk alone im Hintergrund schon am Laufen. Und ja, 10 Punkte trennen beide Mannschaften. Wenn wir nochmal was in Sache Meisterschaft mitreden wollen, dann müssen wir heute gewinnen. Der Handshake beider Mannschaften. Wir werden unter anderem hier gleich auf einen Ex-Spieler von uns, einen Mitspieler von uns treffen. Und zwar Alvarez. Mit dem wir ja eine kurze Zeit bei Everton zusammengespielt hatten. Ich glaube da gerade der letzte war er. Ja, wir gucken wie immer natürlich nicht auf die Startausstellungen. Fakt ist, es ist eine geisteskranke Mannschaft. Auf Seiten von Liverpool. Alvarez macht jetzt auch die Ansage zusammen mit Ousmane Dembélé unter anderem im Sturm. Und ja, unsere Mannschaft. Formschwankung des Todes. Mondi ist auch heute wieder im Kasten. Das freut mich sehr. Und damit gehen wir rein in die Partie. Und Joe Gomez macht gegen seinen Ex-Vereinen die Anfrage. Das ist dabei gleich durchgesteckt auf Luis Dias. Mondi. Junge, Junge, Junge. Das hätte hier schon wieder so starten können wie gegen Inter. Jetzt haben wir mal der erste Ball von uns. Auch direkt auf Kai Havertz. Le Nommand, der nächste Franzose, der uns im Weg steht. Beziehungsweise dieses Mal Kai Havertz. Ja, jetzt seht ihr nochmal die Tabelle. Liverpool, grüßt von der Tabellenspitze. Wie auf der 4, wie bereits erwähnt. Es ist zwischen 1 und 3 noch super knapp. Und wir sind dann, ja, mit Außenseiterchancen vielleicht noch ein wenig im Titelkampf mitrennen. Ernsthafte Hoffnung mache ich mir in dieser Saison aber nicht mehr. Rodrigo. Junge, Junge, Junge. Da testet er aber mal die Fähigkeiten von seinem Landsmann, Alisson. Ja, unsere unvergessliche erste Saison hier bei Chelsea wird angeteasert. Nach wie vor haben wir ja gute Chancen, auch Top-Torschütze der Premier League zu werden. Was nun wirklich ein großer Erfolg wäre. Andererseits läuft es teamtechnisch halt nicht so gut. Junge, mich schlau, war das denn gerade von uns? Rodrigo. Mann, das wäre so ein geiles Highlight gewesen. Hätten wir da einfach das Abseits ausgetrickst, indem wir da nicht zum Ball gehen. So ein Tor gab es halt schon mal in echt, ne? Also, das wäre echt eine geile Szene jetzt gewesen. Aber leider kein Tor. Boah, gut gespielt. Und Usman Dembélé. Okay, erster Abschluss vom Franzosen, der hier mittlerweile in die Premier League den Weg gefunden hat. Ja, und da wird auch mal nach der Ecke wieder gefährlicht. Aber da kommt nichts in den Konter. Jetzt vielleicht die Konter-Chance. Rodrigo, komm, lauf mal ein bisschen. Ja, und vielleicht, ne, da sind die Verteidiger schnell genug, um bei uns mitzuhalten. Da können wir uns keinen großartigen Vorteil erschaffen. Och, ist das ein guter Versuch von uns. Natürlich, da können wir vielleicht auch unsere Teamkollegen nochmal mit einsetzen. Probieren es selbst, den Winkel zu vergrößern. Und das klappt auch fast. So, letzten Minuten vor der Pause. Nochmal die Chance vielleicht für uns hier in Führung zu gehen. Cheval, Cheval. Nochmal auf uns und dann auf der Drehung. Da hauen wir aber nochmal einen Pfund aufs Tor von Alisson. Und nochmal einen Eckball. Zwei Minuten noch regulär zu spielen im Durchgang. Eck 1, die Ecke. Oh, wird fast nochmal gefährlich, weil Liverpool nicht so richtig klären kann. Raucho. Nochmal Sterling. Der ja, wissen wahrscheinlich die meisten heutzutage gar nicht mehr, weil im FC Liverpool groß geworden ist, bevor er dann zu City gegangen ist. Kai Havertz nochmal mit der Ecke. Die sollte auf uns kommen. Okay, Kanté. Legt ihn uns nochmal ab. Ja, dann der Ballverlust. Und damit geht es mit 0 zu 0 in die Pause. Rodrigo läuft der Abwehr davon. Ja, findet er uns jetzt nochmal als Anspielpartner. Jetzt findet er uns aber natürlich ganz hier außen. Den Ball in der Mitte hat er sich irgendwie nicht zugetraut. Warum Sterling? Nächste gute Aktion vom Engländer. Davin Nunez kommt jetzt mit seinem neuen Gameface hier rein in die Partie für Luis Diaz. Also der Wechsel auf Seiten von Liverpool. Und die Ecke, die wieder einmal so halbgefährlich wird. Also, ja, er könnte sich langsam auch mal steigern. Und das ist eine Freistoßposition aus einer Top-Position. Da gibt er noch den Pfiff. Ja, also musste man glaube ich nicht auf Freistoß entscheiden. Aber es ging in Ordnung. Da war Ball zwar dabei, aber auch viel, viel, viel Gegenspieler. Und dürfen wir den jetzt treten? Sieht so aus, als würde Rodrigo sich das Ding bereitlegen. Die Mauer wird noch gestellt. Und dann wird der Brasilianer jetzt im 1 gegen 1 angesichts Angesicht mit Alisson stehen. Und vielleicht uns jetzt hier zum Jubeln bringen. Nein, in die Mauer das Ding. Zweiter bei Thiago Silva für uns. Wir versuchen es auch außen zu spielen. Auch der Ball kommt nicht an. Ja, und jetzt kommt Liverpool mal wieder nach vorne. Und wir kriegen es irgendwie so halb geklärt. Nächste Aktion von den Reds. Fabinho. Das ist Dembélé wieder Fabinho. Und jetzt kommt Konter. Auf geht es. Da laufen wir vorbei am Verteidiger. Jetzt muss es das sein. Jetzt muss es das sein. Was ist das für ein Kontakt von mir? Nein, nein, nein. Ey, da lassen wir die Riesenchance liegen. Ach Gott, wir waren doch schon vorbei. Ich wollte den Laufweg noch kreuzen vom anderen Verteidiger, um vielleicht noch die rote Karte zu provozieren. Und dann, ja, dann kommt da dieser Kontakt bei rum. Aber vielleicht kriegen wir gleich nochmal so eine Kontergelegenheit. Ja, ganz so gut wie die eben ist sie nicht. Diesmal nehmen wir Conté noch mit. Der auf Rodrigo. Rodrigo, was soll das? Da stehen drei Gegenspieler zwischen uns und dem Ball. Und er versucht diesen unmöglichen Pass zu spielen. Wir spielen dafür jetzt einen richtig guten Ball. Rodrigo, Mahim Sterling, kein Abseits. Chelsea führt. Oben seht ihr schon die nächste Partie, die genauso wichtig ist. Dann gegen City. Rahim Sterling trifft. Gegen seinen Jugendverein. Oh, ist das anstrengend. Ist das ein nervenaufreibendes Spiel schon wieder. Jetzt ist es dann endlich gefallen. Wir stecken durch auf Rodrigo. Ich dachte schon, der spielt schon wieder so einen Kackpass auf uns rüber. Aber nein, er sieht Rahim auf der anderen Seite. Es ist wohl ganz knapp kein Abseits. Und er schiebt das Ding eins zum 1 zu 0. Wird auch direkt nach seinem zweiten Premier League Tor in dieser Saison ausgewechselt. Klatscht mit Graham Potter ab. Guiri kommt jetzt nochmal rein. Der konnte ja gegen Inter schon das Spiel nochmal beleben. Schön gemacht von uns, Conte. Mach ihn bitte. 2-0. Doppelschlag Chelsea. Da sind wir doch. Da sind wir doch am Start. Angolo Conte macht das Ding. Und wie. Und wie. Richtig, richtig stark. Das war. Ja, wirklich wichtig. Hier gleich das zweite hinterher zu schieben. Diesmal wir mit der direkten Vorlage. Und Conte eiskalt an Alisson vorbei ins Tor. Und der Doppelschlag dadurch perfekt. 2-0 jetzt. Und schon wieder läuft Conte da perfekt durch. Diesmal legt er nochmal quer. 3-0. Liverpool zerfällt in seine einzelne Teile. Rodrigo. Tor und Vorlage jetzt. Ebenso wie Angolo Conte. Wir sind wieder der einleitende. Und es steht 3-0 gegen den Bällenführer in Anfield. Unfassbar. Conte zum zweiten Mal mit diesem genialen Laufweg. Diesmal legt er noch quer. Und Rodrigo eiskalt. Nochmal Wechselbau. Und Havertz runter. Zierich rein. Rafinha kommt jetzt noch für den Enttäuschenden Dembélé in die Partie. Das nächste Spiel gegen City ist übrigens erst nach einer Länderspielpause. In der Länderspielpause werden wir unter anderem gegen England spielen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das ganze Spiel mitnehmen soll. Aber nee. Diese ganzen Spiele, also Nationalspiele, ganz spielen. Das ist uns vorbehalten für ein großes Turnier. Was ja auch in diesem Sommer dann ansteht. Wir sind in welchem Jahr? Das ist eine WM oder EM. Es müsste doch WM 20, 26 jetzt anstehen. Das ist so stark von uns. Das ist so eine starke Aktion gewesen. Wie wir uns da noch behauptet haben. Chill well. Die Flanke. Der zweite Ball landet bei uns. Dritter Ball. Goury. Der dann leider nicht mehr bei uns ankommt. Dennoch Liverpool ist bedient. Liverpool ist bedient. Nochmal ein langer Ball für Rafinha. Der schlägt ihn irgendwie blind zurück in die Mitte. Damit kommen sie auch noch durch. War auch kein Abseits-Wieschein. Was mich sehr überrascht. Aber okay. Vielleicht nochmal der lange Ball in unsere Richtung. Fakt ist, wir gewinnen hier heute das Spiel. Und melden uns damit auf jeden Fall mal leicht zurück im Meisterkampf. Ja, das erste Mal, dass wir auswärts gewinnen seit keine Ahnung wie vielen spielen. Und dann gleich gegen den Tabellenersten. Das war hier heute auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Liverpool wird wahrscheinlich damit die Tabellenführung an Arsenal verlieren. Wenn die ihre Hausaufgaben machen sollten. Und wir werden uns langsam aber sicher ganz vorne wieder etwas heranspielen. Wenn wir die ganzen Highlight-Spiele jetzt nur noch rauslassen. Dann wird das auch echt nochmal knapp vorne. Hier kriegen wir nicht noch unser eigenes Tor. Weil der erste Kontakt zu schlecht war. Das verhindert Alisson noch. Dennoch 3 zu 0. Wir machen eine Vorderlage. Leiten die anderen beiden Tore ein. Wir können heute wirklich zufrieden mit uns sein. Lol, wir wurden nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Das war schon wieder so, dass die... Die... Na, die Spiele waren schon im Kalender eingetragen. Aber wir wurden nicht nominiert. Kurze Mitteilungen. Alle folgenden Spiele werden einsetzt. Ja, da sind wir nicht dabei. Da waren es Spiel gegen England. Aber da waren wir wohl nicht gut genug als Premier League Top-Tor-Schütze. Gut, passiert natürlich auch mal, dass der Premier League Top-Tor-Schütze nicht zur Nationalmannschaft eingeladen wird. Ganz normal. Heißt damit aber auch, dass wir uns direkt wieder auf unsere Mission mit Chelsea fokussieren können. Heute gegen City. Der nächste Gegner in ähnlicher Tabellenregion. Vier-Punkte trennen beide Mannschaften. Und bei einem Sieg könnten wir natürlich direkt wieder ranholen. Araujo da hinten in der Choreo wäre cool, wenn wir irgendwann auch mal in dieser Choreo zu sehen sein würden. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Aber wenn ja, dann hätten wir es langsam, aber sicher mal verdient. Premier League Top-Tor-Schütze, wie gesagt. Die Niederlande, die Elftal hat uns nicht nominiert. Dafür sind wir jetzt auch in der WM zum Aufnahmezeitpunkt. Gerade gegen Argentinien im Elfmeterschießen. Leider ausgeschieden. Da hätte mich sehr für Louis van Gaal gefreut, wenn er nochmal mit Holland einen ganz, ganz großen Titel geholt hätte. Handshake mit der Mannschaft von den Skyblers. Ruben Dias als Kapitän Edas. Dann sehen wir Schlotterbeck. Hakimi Cancelo. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Jude Bellingham. González. Der hat tatsächlich mehr Tore als Haaland hat. Der ist Zweiter in der Premier League Top-Tor-Schützenliste. Und Phil Foden haben wir auch gesehen, Dieter Drogba wird da noch hochgehalten bei den Chelsea-Fans. Mit dem können wir uns noch nicht vergleichen. Aber vielleicht eines Tages, wenn wir ganz, ganz viel Erfolg haben. Und die wieder im Tor. Ansonsten ist es die Mannschaft, die man erwarten konnte. Und damit gehen wir jetzt rein in dieses Top-Spiel in der Premier League. Boah, erste Chance gehört hier in Skyblers. Da haben wir sie fast selbst eingeladen. Konterschance, aber die Konterpsicherung bei City ist mit 5 Mann hier heute scheinbar sehr, sehr gut besetzt. Boah, guter Ball. Mahrez wird seine Karriere jetzt auch beenden. Aber auch bei City gibt es ein paar Spieler, die aufhören werden nach der Saison. Und da ist gleich mal ein Ex-Spieler von ihm. Nämlich Rame Sterling im letzten Spiel schon gegen seinen Ex-Club Liverpool getroffen. Wäre schön, wenn er auch heute sein drittes Saisontor gegen seinen Ex-Verein schießen würde. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Das war kein Abseits, es war doch Abseits. Rame Sterling, Ball bei uns, Horn. Und dann treffen wir den nicht richtig. Rodrigo muss jetzt noch was draus machen. Wer macht auch was draus? Und dann gibt es noch den Freistoß. Boahin kriegt da den Querpass auf uns nicht mehr durch. Schade, hätte es vielleicht auch selbst probieren können. So wie ich Rodrigo kenne, wird er da jetzt einen Lupfer aufs Tor von Ederson raushauen. Ja, so in... Ich sag nichts mehr, Rodrigo, ich sag nichts mehr. Ich hab nie was über dich gesagt. Ich hab nie was über deine Freistoße gesagt. Du bist der beste Freistoßschütze, den ich jemals gesehen hab. Junge, 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 was war das denn für ein... Für ein Drall vom Schuss. Der sah eher... Oh Gott, Ederson bricht sich noch das Genick. Ähm, der sah jetzt überhaupt nicht gefährlich aus, aber der geht noch rein. Ederson kommt nicht rein. Klatscht noch voll gegen den Pfosten. Wir führen dann, Rodrigo. Froden, Haaland und González. Ne, wer war's? Kötzschuh ist es. Ja, da fast für unseren Torhüter frei auftaucht. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Die Offensivgewalt von City, die ist natürlich nicht zu unterschätzen. Nächste Chance. Wieder werfen wir uns rein. Rodrigo, der mit seinem 13. Saisontor uns hier in Führung geschossen hat. Also auch gar nicht so viel weniger hat als wir. Der hat wirklich eine tolle Saison gespielt zusammen mit uns. Würde ich sagen, offensiv auf jeden Fall. Der wichtigste Mann. Da holen wir uns wieder den Ball zurück. Konterschance. Oben geht Raheem Sterling ab. Gegen Hakimi wird's natürlich schwer im Laufduell. Deshalb nimmt er uns nochmal mit. Und wir suchen jetzt Chilwell. Chilwell kriegt den Ball. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Chilwell, Conte. Schön gespielt. Schön gespielt. Finden wir die Lücke für den Abschluss. Ja, finden wir. Oh, Cancelo. Super Ball auf Haaland. Und irgendwie zeigt, warum er zurück im Kasten ist. Ja, die letzten Minuten ist jetzt hier wirklich wenig passiert. Jetzt sind es schon die letzten vor der Halbzeit. Wir führen nach wie vor mit 1 zu 0. Sind mit diesem Ergebnis absolut zufrieden für den Moment. City hatte ein paar Chancen. Vor allem durch Kötschü. Aber, ja, eigentlich sind wir die gefährlichere Mannschaft. Wie über genau solche Angriffe hier. Halb im Konter überfallen wir so ein wenig City. Leider können wir das zu selten bis jetzt ausspielen. Wir führen also durch das Traumtor. Durch den Freistoß von Rodrigo. Oh, Sterling. Guter Ball. Leider bin jetzt zu weit nach außen mitgenommen. Und kommen dann nicht mehr in die Mitte rein. Mann, der erste Kontakt war leider nicht gut genug. Boah, guter Ball von Erling auf Phil Foden. Phil Foden wird noch eingeholt. Erling Haaland. Und dann ist Arauco zur Stelle. Erling. Wieder im 16er. Hakimi. Also als Team kriegen wir es irgendwie immer noch verteidigt. Sterling gibt uns dann nicht den Ball in den Lauf. Wir probieren es erstmal mit Ballbesitz. Phil Foden zieht jetzt wieder in den 16er ein. Der Querpass von Mondi abgefangen. City nähert sich dem Tor an. Und das merkt man. Boah, Erling Haaland rennt vorbei an unserer Defensive. Quer gelegt. Was habe ich gerade noch gesagt? Die Dortmunder-Kombination macht es dann auch noch. Erling Haaland auf Jude Bellingham. Ich würde behaupten, beim BVB hat Erling nie für Jude ein Tor vorgelegt. Hier holt er sich selbst im Mittelfeld den Ball. Rennt dann einmal komplett durch. Und legt ihn perfekt schwer auf Jude. Ja, einfach krass. Einfach ein krasser Typ. Erling Haaland und Jude finalisiert dann. Wechsel bei uns. Sterling runter. Heute also kein Tor gegen den Ex-Verein. Guri, wie immer, als Joker jetzt in der Partie. Guri kämpft gleich um den Ball wie ein Löwe. Also der Typ bringt immer wieder einfach eine neue, geile Spritzigkeit aufs Feld, wenn er reinkommt. Boah, die nehmen wir gut mit. Die nehmen wir gut mit. Auf der anderen Seite warte Guri. Die Flanke. Tor, Tor, Tor. Nein, abseits. Boah, das kann's doch nicht sein. Es ist nicht das erste Premier League-Tor für den Franzosen. Denn der Schiri, der Linie, der hat die Fahne oben. Wir sehen's ganz, ganz schlecht. Aber es ist abseits. Er ist vor dem Ball. Tor zählt nicht. Und jetzt auf der anderen Seite wieder Erling Haaland mit dem nächsten Vorstoß. Jungs, Jungs, Jungs. Hey, 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 hey. Jetzt lasst doch nicht er... Ach, komm. Das ist doch bodenlos. Wie lasst ihr denn da Erling Haaland durchspazieren? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Bruno G-Punkt. Was ist das? Guy Marais? Der hat doch einen Gameface. Wie lassen die den denn da durchspazieren und dann... Also jetzt, wie lassen denn die drei Innenverteidiger, lassen sich so verarschen. Das ist ja... Wow. Ich weiß immer noch nicht, wer der Torschütze ist. Auf jeden Fall liegen wir jetzt zurück. Es ist Guy Marais, aber der hat doch einen Gameface gehabt. Hä, das check ich jetzt gar nicht. Oh mein Gott. Come on. Und Schlotti nur vorbei. Willkommen an Schlotterbeck nicht vorbei. Kai, Guiri... Ja, Digga, Kai, was soll ich denn mit dem Ball machen? Was soll ich denn da machen? Jetzt haben wir irgendeine neue Kackposition bekommen. Ja, linker Innenverteidiger oder so. Scheiß drauf, wie ist ein weiter Stürmer. Läuft super mit der Umstellung. Und jetzt hat City einfach nur noch mehr Platz. Ja. Ach, Digga. Diese Mannschaft ist so scheiße. Es ist geisteskrank. Denn die Jungen bei City machen drei Mittelfeldspieler das Tor. Bei uns... Ach, Kante macht manchmal ein Tor. Aber Kai Havertz hat noch nie ein Tor gemacht. Kai, Guiri... Spiel doch den Ball früher. Ja, ach... Immer dieses Warten und Warten und Warten. Bis dann die City-Spiele auch wieder zur Stelle sind. So, Erling wird jetzt nochmal den Sack zumachen oder wie? Ne, noch nicht. Es ist super bitter. Ja, da haben wir fast das Tor durch die... Durch das Abseitsdenk von Guiri. Und dann... Ja, man ist es halt einfach... Es ist so schlecht verteidigt von dieser Mannschaft, die mit einer Fünferkette spielt und es trotzdem nicht geschissen bekommt. Und es ist nicht schlimm, dass wir gegen City verlieren. Es fuckt halt einfach nur ab, dass du... Ja, so wenig Punkte holst wegen den Highlights bei Team. Es ist okay, dass wir gegen City verlieren. Wirklich, die Art und Weise ist halt ein bisschen beschissen. Und wenn man dann noch an die Highlights bei Team denkt, wo man so viele Punkte liegen lässt, dann ist es einfach nur traurig. Damit können wir die Meisterschaft in dieser Saison endgültig abhaken, wenn man mich fragt. Ja, Graham Potter ist natürlich auch nicht sonderlich zufrieden darüber, wie das ganze Team hier heute war. Sorry, ganz ehrlich. Nicht, was sollten wir hier heute großartig besser machen. So, im Abschluss der Folge damit der Blick noch auf die Tabelle. Arsenal aktuell Erster. Und dabei haben City und wir sogar noch ein Spiel mehr. Liverpool auf der 2. Dann kommen City, Chelsea und Leeds auf der 5. Sehr, sehr wild. Ja, also vierter Platz ist das Ziel jetzt für den Rest der Saison. Sieben Spiele sind es ja noch. Meisterschaft ist abgehakt. Hauptsache Champions-Qualifikation für das nächste Jahr. Gut, und damit war es das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge der Spielerkarriere in drei Tagen wieder. Lasst ansonsten auch gerne ein Abo da. Das habe ich schon gesagt. Wir sehen uns sonst morgen auch schon beim nächsten Video wieder. Dann bei Formel 1, wenn ich mich nicht völlig irre. Bis dann. Macht es gut. Und ciao. Tschüss. Vielen Dank.